Oh, verrückt gefliegt. Oh, nein. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Todesmontage in keinem Zeitpunkt. Puuuuh. Ich plane mal Schad. Sonst pusht Kiri. gerade noch gerade noch kriegt mir Schaden jetzt wenn ich aus der Deckung schieße nicht genug anscheinend verdammte Snipers ich hasse sie du bist das weg mit dir zwei Schüsse daneben sehr schön macht die verdammten Snipers weg und da kommen schon die nächsten unser nächster Boss ist auch schon da oh, die fressen Granatenschaden ich fresse auch Schaden ich brauche dich da mal mitten rein no care oh, warum sehe ich mich jetzt hin teleportiert keine Muni mehr verdammt ich brauche Muni-Trops damit ich hier weiter aufräumen kann ok drei Stufen niedriger sind wir jetzt aber meine Ausrüstung ist noch immer nicht zu gebrauchen wenn ich Stufe 49 war habe ich gute Sachen gehabt aber ich habe mir gedacht besser neue Sachen kaufen als abzugraden ich denke, bereue ich das wow 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 ja ja, zerlegt, zerlegt, zerlegt aber zum Audiotest machen es das Spiel immer noch gut dann lässt es auch immer Audiotests Outriders oh je, oh je komm schon, mach weg, nein ich stehe wieder mitten im Geflächsfeuer gut, dass ich mir eine Ausrüstung gekauft habe, die mir mehr Schaden gibt, wenn ich in Deckung bin jetzt bin ich wieder nie in Deckung, da auf Deckung bin alle zufrieden so viele Tote heute schon letztens krass, krass let me in ah, noch kurz trinken eine Sekunde na, let me in jo cross push da sind der Vogel schon dieses Ding kein Vogel noch machen wir mal einen taktischen George taktisch Muni holen effektiv weitermachen dann unterbrechen die Flüchtkeit na, ist tot, wenn dann wenn der Vogel dann noch kommt in diesem Feld, dann wird es erst richtig zart da ist schon ein Vogel hier der kleine Tor, da sind sie ja noch ein Vogel oh, ja jetzt ist der zache Teil muss diesen einen Vogel weg machen der blockiert den Gegner auch perfekt ab ok, jetzt haben wir ein bisschen aufgereiht und jetzt ein bisschen leichter, wenn dann ich brauche eine verbesserte Verlangsamungsfalle einer die Abwehr kommt runter Vogel unten Vogel down Blackbird down ok extra Schaben für dich nur für dich, großer und den noch eine Runde das war definitiv noch nicht alles puh, war es blutig ok, gib mir den Boss das ist nicht der Boss noch ich habe noch genug Schild kann ein bisschen chillen natürlich machen wir jetzt Wettplanik da mit ihren Förechkeiten das wird ich hatte Kanatenschaden ab, ich wurde gefrozen das habe ich gar nicht mitbekommen dass der das hat einen haben wir down sehr gut sehr gut sehr, weg von meiner Muni das war interessant ok, machen wir die halt auch noch schnell weg ok, machen wir die halt auch noch schnell weg aber aber vielleicht wird werden das die Unterschiede verbrechen was geht weiter so weit bin ich letztens gar nicht gekommen auch ja, ich war es schon ich weiß schon, was hier abgeht ist ja eine coole Net eigentlich der blau hört es mir der das ein recht ein ... Der ist smarter than that, we all know it, oh es ist ne Granatenparty, verdammt gehts hier ab wieder, die blauen Typen sind so gefährlich, Muni liegt hier, noch ein Knöcher, Big Boss Mama, ich sehe dich, was, ich habe mich unten durch teleportiert, genau zu dem Leifer, mach mal lieber die kleinen Rundherum weg zuerst, ok, bin rausgekommen, gut, gut, Uh, ja, zwei Schuss, nah für dich Baby, ab, fängt da runter für dich, damit ich keine Atempunkte kriege, nope, nicht diesmal, auf, ich habe es verschrien, das kann auch nicht in meiner Muni, vielleicht eine zweite Phase glaube ich, nein, machen wir Schaden, warte mal, hat er nicht nochmal eine zweite Phase, hab ich das gerade so schnell zerlegt, aber es war auch, Schwierigkeit, zwei Schwierigkeiten niedriger, weil ich jetzt zu schwach bin gerade, gesamtes Endlos Level, jo, peace out. Endlos Level